Batch 1, der zwölfjährigen Faschstärke von Banner Heaven, hatte mich letztes Jahr richtig überzeugt. Darum bin ich jetzt natürlich wahnsinnig gespannt, wie sich Batch 2 so schlägt. Wo sind die Unterschiede? Ich stelle mir gleich nochmal Batch 1 dazu und wir finden es zusammen raus. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Der zwölfjährige Standard genießt ja ein recht gutes Ansehen bei uns Whisky Genießern. Und so steht er noch bei vielen von uns in der Hausbar, auch wenn es in Anführungszeichen der Standard ist. Längst nicht bei jeder Brennerei so, ihr wisst es selbst. Und wenn es von so einer Abfüllung dann mal eine Faschstärkenversion gibt, das ist doch was. Also damit hatten sie mich letztes Jahr schon, als sie mir dann noch so gut geschmeckt hatte. Wunderbar, habe ich mich natürlich schon auf Batch 2 gefreut. Dabei geben sie ja gar keine Batch Nummer an, sondern immer das Ja. Ja, da er zum Ende des Jahres erscheint, habe ich eben Batch 1, was unter 2021 läuft, 2022 probiert. Und jetzt ihn hier, Batch Nummer 2, hatte ich schon letztes Jahr hier stehen, im Dezember, aber ich kam nicht dazu. Jetzt hole ich das in aller Ruhe nach. So, ich habe eben schon von Unterschieden im Intro gesprochen. Fangen wir doch mal damit an, ich zeige euch die Farbe. Oh ja, Batch 2 ist aber ganz schön viel dunkler, oder? Ich hatte mir nochmal mein eigenes Video von Batch 1 zu Gemüte geführt. Dort hatte ich ja wirklich den Standard 12er dazu gestellt. Von dem hatte ich zuletzt ein sehr dunkles, Sherry-lastiges Batch. Und das war, wenn ich mich nicht komplett irre, auch schon letztes Jahr dunkler. Also die verdünnte Version mit 46 Volumenprozenten war dunkler als Batch Nummer 1, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hier haben wir jetzt Batch 2 mit einem deutlich intensiveren Farbeinschlag, um es mal so zu nennen. Und da schließt sich für mich auch irgendwo der Kreis zur Internetseite. Auf der Internetseite wird das Batch 2 so beschrieben, mit intensiveren und reichhaltigeren Aromen von getrockneten Früchten und Gewürzen, bezogen auf Batch 1. Das heißt für mich letzten Endes gesagt einen stärkeren Sherry-Einfluss und dadurch sehr wahrscheinlich auch der intensivere Farbton. Und so setze ich es mir zusammen. Die Internetseite gibt noch Folgendes her. Wo habe ich es denn? Hauptsächlich erst und zweit befüllte Oloroso-Fässer plus kleinerer Anteil Ex-Burban. Um das Ganze, ich weiß gar nicht mehr, wie Sie es genau genannt haben, um die Aromen, glaube ich, ein bisschen anzugleichen. Da bin ich jetzt gespannt. Ich sage es euch einfach, wie ich es empfinde. Ich habe gerade Angst. Ich glaube, das Batch 1 hat bei mir in Anführungszeichen so gut abgeschnitten, weil es gar nicht so einen hohen Sherry-Anteil hatte. Aber es könnte sein, vielleicht ist das ja eine Abfüllung für euch. Ich versuche sie natürlich neutral zu bewerten. Wenn ihr da auf einem höheren Sherry-Einfluss steht, schauen wir gleich mal. Dieses Jahr habe ich die Abfüllung ab 95 Euro gesehen. Zur Zeit muss man wenigstens knappe 100, ich glaube 96 Euro zahlen, als ich eben geguckt habe. Batch 1 ist letztes Jahr immer an mir vorbeigegangen. Und dann musste ich es letztes Jahr auch für 85 Euro oder so kaufen. Aber da war, glaube ich, der günstigste Shop 75. Also ja, hält sich irgendwo im Rahmen. Jetzt mal ehrlich, man muss ja dazu sagen, hier jetzt einen Preis-Leistungs-Sieger haben zu wollen, das kriege ich sowieso nicht. Oder ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe eine Sonderserie, auch wenn die Auflage bestimmt höher ist. Ich habe ein Standardprodukt, das in Fassstärke sozusagen als Premium-Edition verkauft wird. Ja, was glaubt ihr? Hat das Ding ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als der normale Standard? Nö, ist auch gar nicht möglich. Wo kriege ich das bei den Brennereien? Ihr findet bestimmt ein Beispiel, ich weiß. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das kriege ich nirgendwo. Das limitierte Produkt, das Besondere, hat immer einen höheren Preis. Die Brennereien wollen da natürlich Marge machen. Und das können sie nicht mit ihren Standard-Bottles. Also das haut sowieso nie hin. Das Problem, was jetzt ja auch noch Banner Heaven hat in meinen Augen, sagen, dass der Zwölfer einfach ein super Whisky ist. Da ist das natürlich schon schwieriger. Ich sage es jetzt einfach mal so hart raus wie bei Lafroig. Der Standard-10er, alles okay. 40 Volumenprozente für jemand, der am Anfang ist und auf Rauch steht. Super. Aber jetzt mal ehrlich, welcher fortgeschrittene Whisky-Trinker kommt dann auf Anhieb mit diesen 40 Volumenprozenten klar? Gibt bestimmt welche, soll auch nicht abwertend gemeint sein. Aber da merkt ihr das schon. Zur 10-jährigen Fassstärke, die Lafroig ja auch jährlich rausbringt, oder sogar manchmal habe ich das Gefühl, zweimal im Jahr, ist geschmacklich ein riesiger Unterschied. Und auch die Fasszusammensetzung ist dann doch öfter, glaube ich, stark abweichend. Ab und zu kriegt man da ja auch was mit. Und somit habe ich da immer vom Geschmack her wirklich einfach ganz klar den Gewinner, die 10-jährige Fassstärke. Behaupte ich jetzt mal. Bei Banner Heaven 12 Jahre muss das nicht zwingend sein. Der ist schön mit seinen 46,2, jetzt, ich habe das wieder nicht im Kopf, abgefüllt. Tolle Trinkstärke. Und von daher, wenn man nicht Fassstärke unbedingt braucht, kommt man damit doch super klar. Okay, ich fange an. Hier, ich habe ihn unverdünnt. Hatte ich meine Karte schon? Ich gucke, na klar, hatte ich eben in der Hand. 56,6 Volumenprozente haben wir bei Batch 2 hier jetzt stehen. Batch 1 hatte 55,1. Das noch mal kurz zur Info. Dann war es das auch mit meiner Karte. So. Ich werde ihn auf jeden Fall noch verdünnen. Das hat ihm letztes Mal gut getan. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Bei Batch Nummer 1 sagte ich es schon, der Gedanke dahinter war, dass uns Whiskyfreunden zu Hause das gleiche Erlebnis gebracht wird, wie den Touristengruppen beim Warehouse-Tasting. Jetzt probieren die da, soweit ich das weiß, allerdings aus einem Fass, aber in Fassstärke. Ich glaube, darum ging es ihnen. Das ist die Geschichte dahinter. Ja, Trockenfrüchte, Rosine ist das Erste, was mir einfällt. Er ist starker Sherry-Einfluss. Würzigkeit kommt durch. Ihr könnt jetzt sagen, Peter, du sabbelst das nach, weil du es gelesen hast. Ja, mag sein. Da stehe ich, sticht ein bisschen. Da stehe ich drüber. Mein Gott. Extreme Würzigkeit. Muskatnuss hatte ich beim anderen auch, das weiß ich noch. Aber hier habe ich so ein Weihnachtsgewürz. Ein bisschen, ein wenig Nelke, Sternanis, Zimt und dann kommt Würzigkeit, Muskat. Das haut rein. Also da ist mehr europäische Eiche drin. Gleichzeitig diese starke, intensive Rosinen-Note, Sherry-Frucht. Oh, wenn das nicht eindimensional wird, da habe ich gerade ein bisschen Angst. Wer jetzt auf Sherry steht, der fühlt sich hier, glaube ich, schon mal wohl. Und dazu eine Toffee-Note. Ja, das Ganze minimal süßlich und dann sticht es bei mir. Das ist jetzt, da kommt dieser Wunsch hoch, ist leicht zu verdünnen. Intensivst, also Man könnte jetzt böse sein und eben auch, wie bei manchem Bourbon, ich hause immer häufiger raus, bei manchen starken Sherry-Fass-Reifungen von so einer leichten Klebstoff-Note reden. Vielleicht auch hier durch die Fassstärke, der hohe Alkoholgehalt und dann ist es bei mir jetzt hier, wie hier jetzt eben keine Politur, Lederaromen, alte Holzmöbel, antike Sachen, sondern dann geht es irgendwie so mehr intensiv Richtung leichter Klebstoff-Note. Da muss ich mich drauf konzentrieren und es ist nicht so stark wie bei den Bourbons, die ich so ab und zu mal probiere. Was dann allerdings rauskommt, ist so eine sanfte Citrus-Note ohne viel säuerliche Assoziationen. Orangenscheiben, die mit in diesen weihnachtlichen Gewürzen liegen. Ich will ja nicht von Glühwein reden, aber irgendwie habe ich da den Drallgrad zu. Ich stelle es mal zur Seite und greife mal ganz kurz zu Batch 1. So. Man würde sagen, er hätte gar keinen Sherry. Wenn ich jetzt vom Batch 2 komme. Wir haben Winter. Ich gucke mal kurz ein bisschen die Hand dran. Noch ein bisschen, ein wenig mehr kommt. Ja, auf den zweiten Blick ist er da. Diese Gewürze sind viel ruhiger. Er kommt fast etwas älter vor, und sie sind etwas etwas besser ineinander verwoben und längst nicht so aufdringlich. Ich tippe mal auf einen höheren Ex-Burban-Anteil. Ich könnte auch diese leicht leichte Süße oder diesen leicht süßlicheren Eindruck als bei Batch 2 erklären. Eher bärige Noten. Von mir aus könnte er es noch traubig nennen, aber Trockenfrüchte habe ich hier bei Batch 1 in der Form nicht wie bei Batch 2. Dahinter habe ich etwas, das ich mit dem Bunner-Brennerei-Charakter assoziieren würde. Diese leichte Citrus-Note mit einer erdigen Note. Das habe ich schon beim ersten Mal gesagt. Da bin ich ziemlich sicher. Ich möchte gar nicht vom Maritim sprechen, aber das erinnert mich irgendwie so an an so einen ungehobelten Bunner. Okay, er kommt noch mal weg. Das wollte ich nur schon mal kurz hier erschmecken, erriechen, muss man ja genau sagen. Riesenunterschied. Also enorm. Wie gesagt, damals kam mir der Standard 12er auch Sherry-lastiger vor. Aber das wäre in diesem Fall, glaube ich, nicht mehr gegeben. Also hier hätte dann, glaube ich, doch Batch 2 den Vorteil oder wenigstens gleichauf. Aber Batch 2 hier, enorm Sherry-lastig. Durch diese enorme Würze in diesen Facetten, ich kann es nicht besser beschreiben, erschließt sich für mich wieder das Bild einer moderneren Interpretation eines Sherry-Whiskys. Wenn ihr wisst, worauf ich hinaus will. Einfach, um das einordnen zu können. Ich nehme mal einen kleinen Schluck. Jetzt kommt mehr Citrus-Note durch. Mehr säuerliche Aromen. Viel Holz. Europäisch. Da kommt der fast schon kaum noch. Also ich bin wirklich bei einer Bitterschokolade. Zart ist das nicht mehr. Das ist intensiv. Das ist diese, das was ich eben zum Teil auch sage mit dieser frischen oder mit dieser modernen Interpretation eines Sherry-gelagerten Whiskys. Da fehlt, da ist mir der Refill-Anteil. Also da könnte man in meinen Augen den Refill-Anteil oder Rose höher schrauben, dann hätte man das nicht. Ich rede jetzt aus meiner Sicht, dem das hier nicht so zusagt. Wenn euch das zusagt, alles in Ordnung. Aber das ist schon intensiv und anstrengend zu trinken. Ohne, dass der Alkohol mich jetzt wirklich geärgert hat von der Höhe her. Aber den verdünne ich jetzt mal. Ich hatte heute die Frage bei einem anderen Video, wo ich die Vorteile einer Fassstärke sehe. Ich weiß nicht, ob es nur Vorteile gibt. Ich meine, das Schöne ist natürlich, dass man dieses Spielchen mit dem Verdünnen machen kann und so den Whisky immer anders genießen kann. Wenn man jetzt einmal allerdings was Schönes im Glas hatte, habe ich schon oft das erlebt, dass man gar nicht, dass es schwer ist, diesen Punkt wieder zu erwischen. Da ich mir nicht notiere, wie viel ich drin oder reingetan habe an Flüssigkeit. Ich meine, wenn man es jetzt ganz genau nimmt und man notiert sich das alles oder kann sich das gut merken, macht es mit einer Pipette und zählt die Tropfen, die alle immer gleich groß sind, dann kriegt man das hin. Also deshalb sehe ich eine Fassstärke nicht immer nur von Vorteil. Es gibt Top-Whiskys, habe ich oft genug in meinen Videos gesagt, egal ob jetzt 46 Volumenprozente, 48 oder was auch immer, aber ich habe gesagt, perfekt getroffen, gute Wahl. Ich hatte auch schon mal einen 43-prozentigen, der komplett aus seiner Serie herausfiel, weil die anderen alle 46 hatten, habe mich noch gewundert, warum bei dem so und es hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Und klar, es ist irgendwo diese Neugier, dass man sagt, den aber trotzdem meinen Fassstärke. Aber wenn man das im Vorfeld gut eingestellt hat, ich bin keiner, der eine Fassstärke braucht, habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Deshalb hat eine Fassstärke in meinen Augen nicht immer nur Vorteile. Sie ist anstrengender zu trinken, weil man so ein bisschen mehr sich drauf konzentrieren muss und arbeiten muss, um so zu nennen, während man eine Trinkstärke einfach schön sippen kann oder wenn, dann weiß man einfach, zwei Tropfen Wasser, um den so ein bisschen zu kitzeln. Das war es dann schon. Da brauche ich dann nicht mehr überlegen. So. Jetzt wird es leicht ledrig. In der Nase etwas mehr Refill-Charakter, weil dieses Leder gerade durchkommt. Diese Trockenfrüchte stellen sich so ein bisschen breiter auf. Ich denke jetzt nicht mehr nur an Rosine und dazu kommt eine schöne Ledernote. Das Ganze recht warm gehalten vom Grundcharakter. Vielleicht staubig. Was hier fehlt, ist, finde ich, diese erdige Note, die ich beim Batch 1 hatte. Er hat keine Chance durchzukommen durch das Fass. Er hat auch mehr aufgemacht. Die Aromen breiter aufgestellt. Eben war es auch schon stark, was ja bei einer Fassstärke nicht selbstverständlich ist. Aber jetzt habe ich das Gefühl, es strömt noch etwas intensiver in die Nase. Und jetzt bin ich bei meinem Leder. Und dann kommt das Holz wieder durch. Das Holz hat sich nicht abgemildert. Es geht ein wenig mehr in die Lakritzecke, aber immer noch sehr intensiv. Schade, schade. Ich weiß nicht, ob die in der Brennerei auch Sherryfässer aus amerikanischer Eiche haben. Wenn sie den First Fill Anteil hochhalten sollen, dann sollten sie solche nehmen. in meinen Augen einfach den Refill Anteil hochsetzen, mehr Ex-Burban rein, schönes Wetting erzeugen. Das hier ist einfach zu viel. Also ich mag den sperrigen Charakter von Bunna. Der kommt hier nicht durch. Ich mag wie soll ich das sagen? Ich mag scherrilastige Whiskys. Guckt euch meine Glen Farkless First Fill Abfüllungsvideos und so an. Aber das hier ist so massiv eichenlastig, frische Eichentannine. Das trifft überhaupt nicht meinen Geschmack. Wenn das euer ist, alles gut. Aber das ist einfach zu viel. So. Ich nehme nochmal den Batch 1. Ich weiß, ein paar Tropfen haben hier auch nicht geschadet. Immer noch belegend, so leicht pelzig. der stürmt daran, wie irgendwie, man hat manchmal so das Gefühl, so ein 20 Jahre altes Einzelfass aus europäischer Eiche, aber irgendwie nicht genug Tiefgang da zu Krawallbruder habe ich schon oft genannt bei solchen Abfüllungen. Das weiß ich nicht. Und hier merke ich dann kaum noch diese Sherry-Eindrücke. Aber ich habe sofort dieses Ölige und oder was das Ölige diese erdige Note, die mir jetzt so ein bisschen ölig, cremig in die Nase steigt. Leichte Kräuter. Weiß ich nicht, ob ich die letztes Mal hatte, aber das fällt mir jetzt auf. Der Bunner-Charakter. Ganz einfach gesagt. Schöne Holztöne, intensiv, würzig, pfeffrig. Dann habe ich hier wieder Eindrücke, die mich eher an schwarzen Tee erinnern. Habe ich ja zuletzt oft gehabt. Dann habe ich sanftes Lakritz. Das andere war eben schon ziemlich stark. Ich habe so eine leichte Tabak-Assoziation. Also er ist viel breiter aufgestellt. Könnte jetzt natürlich auch sagen, klar Peter, dann kann es ja nicht schlecht machen, wenn du letztes Jahr so hoch gelobt hast. Aber das sind Welten. Spül jetzt mal nicht. Die Frucht finde ich ja ganz schön. Muss ich echt sagen. Diese Trockenfrüchte, schön massiv, da kann ich verstehen, wenn jemand sagt, ich stehe da einfach drauf. Ich brauche diesen fruchtigen Sherry-Kick. Und dann kann man schon erahnen, was da eine Eiche kommt. Das wird auch nicht besser. Also bei dem anderen, ich habe jetzt eben nicht nussig erwähnt, das ist sowas, was ich beim Standard 12er schön habe. Müsste ich beim Batch 1 noch mal gucken. Aber hier habe ich auch nichts nussiges mehr. Wahnsinn. Ja, ihr merkt, worauf das hinausläuft. Er schmeckt mir nicht. Zu viel gewollt, denke ich mal, mit dem hohen Oloroso- Anteil. Und das wohl das meiste erst befüllt. Also weil zweit befüllt müsste sich viel schöner ausprägen. Und dann nimmt auch ein bisschen amerikanische Eiche dazu. Ja, finde ich fast schon ein bisschen schade und traurig. Also nee, den brauche ich nicht in meiner Hausbar, sage ich so hart. Batch 1 würde ich mir reinstellen. Ich hatte mir letztes Jahr eine Flasche gekauft, die ist aber noch zu. Dann bin ich froh, dass ich die habe. Ich werde bestimmt mal Batch 3 mir auch irgendwie Informationen drüber holen, ob ich jetzt gleich eine Flasche hier brauche. Ich glaube, dieses Batch hat jetzt meine Erwartungen etwas gedämpft und ich bin nicht mehr so heiß drauf. Okay, in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.